ahoi und hallo zurück zu lifeless planet heute mal mit webcam und wir schauen mal was uns hier noch so alles erwartet in diesem spielchen bin ja mal gespannt letzten paar haben wir bekanntschaft die macht mit so einer russin puppe und diesmal schauen wir die vielleicht noch mal kommt vielleicht wird uns auch einlegen ich habe keine ahnung dass das haben wir auch schon gesehen letzten part hat er hat jetzt ein bisschen zurück gespielt also musste ich noch mal ein bisschen vorlaufen wird ungefähr wieder am gleichen punkt sind ja schön gesprungen so ja ich kann mich daran erinnern dass wir im letzten part ich glaube wir hier waren ja diesen punkt so ich glaube hier wollen wir setzen mal stehen geblieben so bonus gegenstand du hast eine mineralprobe gesammelt eins von zwei eine probe ist doch wieder mein movement gefragt das ist doch nicht da ist es doch nicht vorhanden bei mir ich glaube ich weiß nicht ob hier irgendwas an gegner kommt schön wärs aber auch irgendwie da nicht weil ich keine waffen habe zum wehren also von mir so 50 50 können gegner kommen auch bitte wenn sie mich bitte nicht töten so ein bisschen schubsen das ist in ordnung aber die so tolle weil ich ja bitte immer rucksack da joghurt und ich möchte ich dass der joghurt kaputt geht es wäre sehr schade hier runterfallen dann ist echt aber richtig achterbahn richtig achterbahn ist also das leben eines astronauten ist ja noch aufregender als das von lara kuft von lara kuft ok hier steht schon wieder ein gebäude und kleines und gasflaschen das war sauerstoffe wird euch durchlesen ok ok weiter jetzt so das kann aber sie machen muss noch mal zweimal doppel jump dreimal so ähm mineralprobel gesammelt 2 von 2 so läst euch wieder durch und weiter geht's ich weiß nicht ist dass man durch zu zocken überhaupt zu wissen was hier kommt keine ahnung die frage nächste frage ich glaube dass es beabsichtigt ist dass ich hier hoch gehe aber wo soll die sonst hin ich kam von hier aus ich bin heute langgegangen ne ich bin bin aber von da gekommen das ist ein komisches gebäude hier hinten ist abgrund hey leute sorry aber ich habe keine ahnung vielleicht darüber ich kann es versuchen wir sind tot wir sind nicht wie superman wir sind nicht wie superman wir sind eher so wie superman in seiner anfangszeit so ohne superkräfte oder irgendwas ich glaube wir sind ja wieder verkehrt richtig ich habe keine ahnung das hätte doch gut gehen können noch mal noch weiter schaffen wenn wir damals noch einmal sterben sollten dann wissen wir da geht es nicht lang wir haben es geschafft wir sind drüber wir sind über den berg wir sind über den berg ich glaube hier sind wir richtig ich möchte ich bleibe einfach hier laufen wir weiter so es hat nur kacke dass man in der luft nicht lenken kann also man muss schon in die richtung ziehen wo man hin wo dann glück haben dass man da ungefähr drauf landet ungefähr ist echt zieht mich ungefähr hier ist wieder so ein mast der da gerade voll abchillt aber was ist das hier was ist das hat da jemand die krippe und verliert eiter ich weiß es nicht ich habe keine ahnung aber ich habe keine Ahnung doppelte Regenbogen ist hier geil ich dachte ich würde so unter ich wollte schon o er sautscht gerade mächtig Leute gerade richtig nervig es ist ein spiel das bleibt ja so machen ich glaube wir müssen noch da können wir doch hoch ist hier vielleicht eine komische Puppe Puppe? Nein, okay Nein, nicht, nicht Nein Uncool Uncool Richtig uncool Ach Mist, ja Ich habe schon wieder keine Ahnung Mann Okay Ich habe Ahnung Ich weiß nicht Wir hätten einfach doch umlaufen müssen Mann ist das Zum Gerecht Okay Die Rotensteine sind etwas komisch Boah, der Sound Was ist das denn mal? Mann, Mann, Mann So Hallo Ich habe aber Höhenangst Ich gucke nur auf von von Go Gott Mann, Mann Mann, Mann Mann, Mann Mann, Mann Mann, Mann 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 Ja, schön. Wieso ist das nicht im Parlament? Wieso? Wild doch schön aus. Langsam, langsam, langsam. Ja, ich hab Angst, dass hier Unterfälle. Ich möchte da nicht Unterfälle, es ist noch geschöpft. Oh Gott, da lau. Ich höre, ich kriege wieder einen Funk. Ihr ist ein ... wir haben ein ... Problem. ich weiß nicht so richtig kann ich das Spiel noch nicht vervollnehmen es fehlt mir noch so dieser Anreiz wo ich wohl immer denkt ja geil jetzt wird's spannend auch irgendwie mir fehlt auch noch so der kleine gewisse Punkt gut und dasselbe noch mal ja nicht da unten da ist ein Damm das ist ein Damm das ist ein Loch an der Wand Jetpack war schon auch gebraucht aber du schubst noch um sich gewinnt Nein warum Böses Blödes Kack Spiel was eigentlich total geil ist aber warum nimmst mir den Schub weg das war cool ich fliege gerne wie Super Mario in Mario Sunshine durch Raum durch Raum und Zeit aber verdammt ich habe ihn von Laufen laufen bestimmt darunter ja was jetzt verraten was hat es verraten und jetzt sagt nicht der Weg sagt nicht der Weg also wir werden nie unseren Freund Hans finden wenn das so weitergeht oh Gott er wird auf ewig irgendwo im Nirgendwo sein weil er so blöd sind und irgendwo irgendwo ich bin verkehrt ich glaub ich bin nicht richtig komm mich da dann rein hallo ich will da rein hallo geh ich jetzt wieder hm das war hallo hä ich muss doch hier runter oder nicht oh ey Kollege Kollege ey doch ich muss doch weitergehen das ist doch ein Weg da hinten so hier drin ist komm ich nicht rein komm ich nicht rein komm ich nicht rein zu groß ich bin zu dick komm ich da runter so und jetzt äh mach das nochmal da ist ein weg auf der anderen Seite kann ich nicht gucken das ist meine coole ich kann um der Ecke gucken kraft vorbei das ist das ist doch das ist das ist oh man oh man ach nee wie soll ich da hinkommen Leute weil die mich rollen weil mich doch echt rollen wie soll ich denn da hinkommen ach man ich hab nichts gesagt blöder Zufall Kollege Zufall die gehen durch eine Röhre und die Röhre ist voll Dreck ja hier ist eine Röhre denn der Röhre ist nur Dreck selbst lassen ich bin ich bin nicht gut Gott sei Dank das ist so ein Gesicht dabei deutschland ist ein Superstar Supertalent sind und das geht ja macht gar nicht das wäre schützt mich gleich so so hoch da hoch da hoch blöder Astronaut du blöder Astronaut du das Tor das Tor so ist da ein Tor oh was willst du ein Liebeswasser oder böses hast du was in dir das Tor das Tor weiß ja nicht so die Tür auf machen die Tür auf machen super super danke Tür versuch noch mal umzupacken so haha kacke Mist 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 das Tor das Tor nicht geplant doch so geplant hätte gesagt so 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 liebe Leute da wird sie nicht wissen ob ich so recht sein gehen stellen wir sie von der Tür hin und ich würde sagen machen wir hier einen kleinen Schnitt und sehen uns im nächsten Part wieder von lifeless planet macht's gut